Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wie haben wir letztes Mal unsere Klingen auf jeden Fall stark verbessert. Zumindest Haze. Hat ein bisschen gedauert die ganzen Sachen zu machen, aber... Ist okay. Wir haben es ja jetzt geschafft soweit. Mr. hat sogar schon Stufe 4 freigeschaltet. Die möchte ich aber jetzt noch nicht angehen. Aber wie sie Combo-Ketten noch nicht rausgekriegt haben. Ich kann mal gucken, wo kriegen wir... Wow. Bitte ein Like-Button, damit ich das lerne. So, ähm, Zeit erstellen, Optionen, Speichern, Tipps. Steht hier irgendwie bei, Erkundung, Erkundungssteuerung, so. System bewegen, Karten, Rollentausch, genau. Feind anvisieren, ist er. Hauptmenü, Schnellreise, automatisch laufen. Automatisches Laufen? Ähm... Habe ich das jemals benutzt? Ich glaube nicht. Bestätigen, Waffe ziehen, Abbrechen, Springen. Kamera bewegen. Nein, das ist nicht das, was ich haben will. Andere Gruppe steuern. Aktuelles Ziel anzeigen. Ich kann sogar mit ZL die ganze Gruppe wechseln, okay. Rögt da R-Taste. R und B, C-Fassung lösen. Nö. Kampfsteuerung. So, bewegen Technikinfos an, aus. Rollentausch, Rollentausch, Klingwechsel, Bonustalent. Ziel fassen, Angriffskette. Angriffskette ist Plus, genau. Ich habe Plus gerückt im Kampf, aber irgendwie wollte ich das nicht machen. Keine Ahnung. R und Y. Nächstes, genau. Das ist die Ziele wechseln. Combo-Angebot annehmen. Genau, die mache ich auch immer. Äh, alle auf einen. R und D nach oben. Das habe ich noch nicht gemacht bisher. Meister-Kombos bevorzugen. Klingen-Kombos bevorzugen. Versammeln. R und die Pfeiltasten müsste ich auch mal ausprobieren. Das ist mir egal. Meister. Meister sind Personen, die durch Berührung eines Kranenkristalls... Ja, das weiß ich doch. Das ist eine Erklärung, wer was ist oder was. Ja. Kampfgründenlagen angreifen. Nö, das ist mir egal. Ich habe Plus gedrückt. Äh, Angriffsketten. Keine Ahnung, wie ich die starte. Irgendwie wollte ich das nicht machen, wenn ich auf Plus drücke. So. Ähm, da wollte ich eigentlich nicht hin. Wir wollten das Viech dann nochmal herausfordern. Ich wollte aber erst mal... Wow. Ich lerne das echt nicht mehr. Wow. Einfach nur wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So. Du hast... Maximalharmonie passiert automatisch. Erhöht bei Maximalharmonie Schaden im Kampf. Erhöht bei Maximalharmonie Schaden um 35, vorher 30. Ja gut. Das hier ist das mit Angriffsketten. Was irgendwie noch nicht so richtig geht. Da weiß ich nicht, was ich tun soll. Oh, das wird mir später erst gezeigt. Das hier... Passiert wohl nebenbei. Wenn ich die Techniken benutze. Erzähl Gesamtschein eine Gesamtschein. Ja, das ist easy. Sie gegen einen Angriffsketten. Ja gut. Bei einem Combo mit einem Abschlussangriff. Sollte mit ihr auch mal machen. Oh. Nehme ich gerne an. So. Haben wir das auch. Vertrauensstufe wird auch bald steigen. Passt alles. Gin. Äh. Angriffsketten. Ja. Gut. Angriffsketten. Wollten sich noch nicht aktivieren. Ja. Dann haben wir soweit alles. Ähm. Ich kann bei Laura nochmal kurz gucken. Kann sie irgendwas cooles noch schnell machen? Ja. Kann sie. Redet bei Heilung. 10% KP zusätzlich. Nein. Nein. Okay. Machen wir das auch nochmal. So. Und du. 750. Und jetzt haben wir. Schade. Noch nicht ganz. Keine kritischen Schaden. Ja. Erhöhnen. Alles klar. So. Dann. Probieren wir es jetzt nochmal. Wow. Ansonsten machen wir erstmal die Main Story weiter. Würde ich sagen. Okay. Bereit? Alle bereit? Ja. Ich denke schon. So. Wir machen den Initialangriff. So. Okay. Er hat das Target gewechselt. Ah. Sehr schön. So. Schade. Hat nicht funktioniert. So. Dann bleiben wir mal mit Haste drin. Sollte ja eigentlich passen soweit. Kommt schon. Jawohl. Und wir starten Stufe 4. Drauf da. Und tritt ihn nochmal. Schön. Schön das Knie ins Gesicht gehauen. So muss das. So. Mist. Da habe ich zu früh gestartet. Bis dahin sieht es in Ordnung aus. Würde ich sagen. Da war mir meine Fähigkeit nochmal auf. So. Jetzt. Richard braucht Heilung. Was soll ich sie kriegen? So. Stufe 3. Hau drauf da. Mistra. Gar nicht so einfach. Die Bridget hier am Leben zu halten. So. Heilen wir dabei? Oder heilt Bridget sich gerade ein bisschen selbst? An dir werfen wir die Technik einsetzen, ne? Gibt es ja ein bisschen Heilung. Irgendwie so. 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 Ich kann keine Technik einsetzen. Ich drücke Plus wie ich will. Es passiert nichts. Oder wird es erst mal später freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Ist halt ein bisschen doof, so. 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 Heilung. Ich weiß nicht, wie ich diese Kettenkombos auslöse. Vielleicht muss das erst noch freigeschaltet werden. Muss ja irgendwas. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bridget. Steh wieder auf. So. Oh, das geht nur, wenn wir drei Meister haben. Das können wir jetzt auch noch vorstellen. Okay. So. Auf da. So. Kriegen wir Stufe 2 rauf? Nein. Wir sterben. Ähm. Danke. Wir sollten mit Haze wieder drin bleiben. Haze. Wir bräuchten dich langsam. Oh, 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 oh. Heilung. Oh nein. Wir waren so nah dran. Ernsthaft? Wir hätten es schaffen können. Ernsthaft. Ah. Das regt mich auf. Wir hätten es wirklich schaffen können. Ah. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Wir schaffen das. Vielleicht hat sie jetzt auch nur... Hm. Vielleicht hätte ich auch nicht auf Haze... Äh, von Haze runter wechseln dürfen. Also sie hat halt ein bisschen Schaden genommen gehabt, ne? Das war jetzt nicht so ganz geil. Oh, Bridget hat eigentlich ganz gut durchgehalten. Kann man nicht anders sagen. Aber wenn ich den schaffe, wäre das echt ein super geiler Start. Halt für dieses Gebiet erstmal. So, dann hauen wir den hier nochmal kaputt. Der lässt sich auch nicht zum Schwanken bringen, ne? Der Große. Sonst hätte ich Jhin vielleicht mal eingewechseln können oder so. Hey, Haze, 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 Haze. Aber, hm, naja, gut. Wir sind kurz vom Level ab, vielleicht warten wir das nochmal kurz ab. Ja, wir sind fertig. Hey, Haze, 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 Und dann fordern wir das Ding nochmal raus. Dann müssen wir es eigentlich packen. Na, kommt schon. Stirb einfach. Sehr gut. Okay, der Kleine hat sich eingemischt. Warum auch immer. Und ich versuche dann auf, äh, ja, Ace zu bleiben. Wegen der Heilung. Damit Bridget halt nicht so schnell stirbt. Kann der aufhören? Sich zu schützen? Und einfach sterben? So, stirb einfach. Danke. Hat immer noch nicht ganz gereicht. Wow. So, machen wir uns Richtung Dingens auf. Das Feuer war ja irgendwie... Aber anders. Den dann nehme ich auch noch mit. So, komm schon. Muss einfach nur ausreichen. Rückenwind hat Hayes noch... Warte mal. Rückenwind? Hier müssen wir mein Gesicht sehen. Ich bin jetzt mal so... Mh. Wenn ich die falsche Taste drücke. Oh. Hört bei Maximal Harmonie Schaden um 500%. Vielleicht reicht dieser 5%-Schub ja aus. Um das Fiege zu besiegen. Wer weiß, wer weiß. So, dich wollte ich nochmal kurz kaputt machen. Dann sollten wir es aber haben. So, wenn ich... EP wie noch fehlen, ey. Kann doch nicht sein. Das Viech kann sich nicht entscheiden, wenn ich es angreifen will. Auch nicht schlecht. Oh, das ist gefährlich. So. Adam, bitte Stufe 3. Damit ich vielleicht da... ...eine Schnelltöte. Ah, nicht so. Oh. Ist schon down. Es reicht nicht? Wow. Reicht? Wow. Da hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das nicht ausreicht. Bitte, lass du es ausreichen. Meine Güte. Das kann nicht sein, dass wir jetzt so viel noch trainieren müssen, um dieses kleine bisschen da zu machen. So. Kann doch nicht sein. Ja, du machst eh nichts mehr. Danke. Ah, wir haben es geschafft. Schiff 35. Perfekt. So. Wo ist jetzt mein Feuer? Das war da oben, ne? Ich glaube, das war hier vorne. Oder nicht? Hier ist das Feuer. Ich dachte, wir hätten das da auf der Wiese, aber... das scheinbar nicht. Einmal bitte Pause machen. So, du darfst nochmal aufsteigen, das ist gut. Okay. Perfekt. So, haben wir den auch nochmal ein bisschen nachgezogen. Ja. So, wir machen jetzt 5% mehr Schaden bei Maximal Harmonie. Die tritt ja eigentlich immer ein. Gerade bei so einem langen Kampf. So. Dann sollten wir das jetzt aber haben, oder? Wenn sich kein Gegner einmischt, heißt das. So wie eben. Naja, gut. Vielleicht war es nicht der ausschlaggebende Punkt. Der Fehler war vielleicht, dass ich es zurückgewechsel auf Laura. Da würde ich jetzt am meisten schon von ausgehen. Aber wenn es nötig wird, muss ich das machen halt. Damit wir halt nicht drauf gehen. Weil wir werden aufgehoben, ne? Solange Bridget nicht stirbt, ist eigentlich alles in Butter. Aber zieht sie dann doch genug Agro, um das zu schaffen. So. Weißt du was? Nimm dich zuerst weg. Und wenn ich dich auf jeden Fall nicht gleich im Kampf habe. Weil irgendwie machst du ja doch Schaden. So. Ich hoffe, du rufst ihn nicht um Hilfe. Komm, tauschen. Danke. Okay, er hat es nicht gehört. Perfekt. So. Soll ich Jhin am Anfang... Ne. Lohnt sich nicht, weil den kriegen wir eh nicht zum Schwanken. Okay, dann lassen wir Laura vorne. Und wir verprügeln dich jetzt. Komm schon. Sehr gut gemacht. So. Dann hauen wir gleich noch einmal mit allem drauf, was wir haben. So. Und heilen. Bridget darf ich auf keinen Fall drauf gehen. Ich gehe auch extra da hin, um... Danke, das mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, wenn wir das machen. Ähm, Bridget. Komm schon, heilen. Oh, nice. Hat gerade so noch gereicht. So. Sehr schön. Noch ein bisschen Heilung rein. So. Oh, wir haben die Aggro. Gar nicht so geil. Okay, wir haben sie wieder verloren. Perfekt. Brauche ich nämlich nicht wechseln. Ähm, kriegen wir gleich Stufe 3? Jawohl. So. Wieder ein bisschen Heilung gewesen. Und nochmal heilen. Jetzt haben wir wieder die Aggro. Okay. Ah, das war zu früh. Mist. Alter, wie viel Schaden Bridget abkriegt. Das ist... Schon nicht so schön. Ja, er liegt. Er liegt. Das ist gut. Nein, zu spät. Die Endversion dauert einfach zu lange. Ja, Misra. Hau die mal schön an dir drüber. So. Wir haben Stufe 3 ready. Auch nur Stufe 2. Ist mir egal, wer das macht. Komm schon, komm schon. Kriegt einer. Jawohl. Bridget. Und wir sind dran. Oh, ne. So. Sehr schön. Oh. Sogar mit Heilung. So. Bridget könnte schon für 2 machen. Oh. Das muss jetzt leider sein. Ich hab die Aggro. Das ist nicht geil. Ich muss wechseln. Sonst wär ich jetzt drauf gegangen. So. Hauen wir das auch nochmal kurz. So. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Komm schon. Wir sollten Mistort, die Aggro. Dann hau halt auch drauf. Ja. Sieht bisher ganz okay aus. Ich möchte noch nicht zu früh loben. Aber. Hallo. Greif auch mal. Mann. Na komm. Komm. Ach schön. Die haben nochmal gewechselt. Jawohl. Feuert. Zweimal Licht. Das schaffen wir. Sieht richtig gut aus. Oh. Sehr geil. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Der gibt mir so wenig Geld. Wow. Wir haben's endlich geschafft. Hops. So. Okay. Dann holen wir uns doch unseren Schatz. Schatzkammerschlüssel. Perfekt. So. Schnell entspannte Musik nochmal jetzt. Mann, bin ich froh, dass wir ihn endlich geschafft haben. Wow. Da hat auch einiges in Arbeit jetzt reingesteckt, um das zu schaffen. So. Aber wir wissen, wir sind jetzt gut vorbereitet für die weitere Reise. Und das ist auch ziemlich wichtig. Aber, ich beende hier erstmal dann den Part. Und dann machen wir im nächsten einfach mal alles abgeben, was wir so noch haben. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann, bis zum nächsten Mal. Dann, bis zum nächsten Mal. Dann, bis zum nächsten Mal.